Wir Deutschen lieben unsere Gärten. Gerade jetzt im Frühling, wenn alles zu blühen beginnt, verbringen wir viel Zeit mit der Gartenarbeit und machen es uns draußen gemütlich. Jetzt ist die beste Zeit, um den Gemüsegarten auf Vordermann zu bringen. Das Kräuterbeet ist schon seit einer Weile mit Rosmarin, Thymian und Schnittlauch bestückt. Auch die Erdbeeren stehen teilweise schon in der Blüte. Ganz neu kommt jetzt Gemüse wie Rettich, Karotten, Kohlrabi oder Gurken dazu. Auch im Blumenbeet stehen schon die Tulpen und leuchten in prächtigen Farben. Und der Löwenzahn drängelt sich an jedem freien Plätzchen dazwischen. Aber auch die Vögel freuen sich am Frühling und singen ihre schönsten Lieder. Und für den Nachwuchs wird auch schon gesorgt. Die Wiese ist hauptsächlich für die Kinder zum Spielen da und die Erwachsenen genießen die Sonne auf der Terrasse. Alles klar! Da ist zwar noch nicht ein